Da hab ich den noch unterschätzt. Ich hab auch nicht super getroffen. Also, wenn ich den Skill nicht habe, muss ich einfach mit Sales schießen. Huch, was war das denn hier wieder für ein Geräusch? Okay, die Munition ist wieder nicht da. Mal sehen, ob das random ist oder immer gleich. Es ist random, tatsächlich. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist ja richtig blöd. Oh, Mensch, das ist ja richtig blöd, ey. Was soll das? Ich hätte auch zurückgehen können. Also, jetzt ist das Bild gerade wieder weg. Ja, ich hab jetzt aber genommen. Gut. Also. Okay, die kann ich aufspießen eigentlich, ne? Ich hoffe, das haben die gehört und kommen jetzt. Ja. Ja, ja, ja. Okay, der ist tot. Okay, der ist tot. Okay, der ist nicht tot. Oh, Mist, der ist bald alle. Jetzt ist er tot, okay. Okay. Der Schwarze ist noch nicht da. Der will sich noch Zeit lassen. Fässer. Boah! Deshalb bin ich jetzt gerade richtig erschreckt. So, tot. Beide tot. Her damit, her damit, her damit. Her damit, her damit. Okay. Plasma. Strahlen. Zwei. Hab ich wieder Muni bekommen. Ist das, ist das, ist das? Ja, ist es. Okay. Hm. Warte. So. Weiter geht's. In diesem Raum, der komisch aussieht. Im Schwarzlicht. Öffnen. Dich nehme ich natürlich mit, mein Freund. Du bist mein bester Freund für alle Ewigkeiten. Ich werde dich nie missbrauchen. Huch, das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Das meine ich im Ernst. Ich wollte eigentlich hier noch lang gehen und gucken, was es hier noch so gibt. Zum Beispiel gibt's hier nämlich ein Stay-Spec. Ah ja. Boah. Ist nämlich auch gern mit hier. Energieknoten. Immer doch. Her damit. Den will ich. Haben. Oder hier durch. Okay, das ist egal. Alter Schwede. Boah. Hier werde ich gleich wieder angefallen. Das weiß ich. Die Frage ist von wie vielen. Jetzt ist das Bildschirm, äh, jetzt ist der Bildschirm gerade wieder rausgegangen. So. Jetzt ist er wieder da. Also. Ich habe das irgendwie fallen gelassen. Wo ist es? Was? Wo? Wo ist? Wo ist das Days? Hülle abgeblieben. Habe ich fallen gelassen irgendwo? Na tja. Oder es hat sich aufgelöst. Ich habe es nicht gesehen. Wie gesagt. Also. Ich bin ganz. Alter. Ich war doch so weit weg. Jetzt bin ich wieder tot. Das ist unfair, ne? Man kann nichts machen, wenn man da ist. Nichts. Man wird da hingeschleudert. Der schlägt eigentlich voll daneben. Bringt sich erstmal selbst um. Man. Okay. Immerhin von. Ab dieser Stelle hier. Ist doch schon mal was. So. Jetzt werde ich hier mal das Goose will benutzen. Wird langsam Zeit. Ja. Ich hoffe ich kann noch zurückgehen. eigentlich. Ah, da ist es. Hm. Alter, das ist gruselig irgendwie. Dass der jetzt nicht kommt. Jetzt ist das Ding auch wieder weg. Oh Mann. I don't like it. Hallo? Ja. Erst wenn ich glaube ich auf der Höhe des. Spiegels bin. Hm. Ich will eigentlich das Spiel nicht provozieren. Da ist er. Und ich habe. Sowohl Stace nicht getroffen. Und ich. Lass mich jetzt töten kurz. Ich habe zu viel Leben verloren. Also töte mich bitte. Nein. Das gibt es nicht. So ein Dreck alter. Das kann doch nicht sein. Kommt jetzt so vielleicht noch irgendwas? Ich hoffe dass hier noch irgendwas kommt. Damit der mich tötet. Verdammt. Jetzt habe ich auch. Oh nein ey. Ja. Schieß nochmal. Du Trottel du. Mann ey. Ey das gibt es doch nicht. Das ist jetzt nicht um. Obwohl warte mal. Ah nein. Das geht nicht. Neustadt. Kontrollpunkt. Wo ist der ungefähr? Obwohl warte mal. Ich glaube ich kann mich so töten. Mal gucken was passiert. Ob ich mich killen kann. Das wäre cool wenn das gehen würde. Ich drücke jetzt extra das falsche. Zieht das irgendwas ab? An Gesundheit? Ich glaube schon ne? Weil ich lässt es einfach mal ablaufen. Also wenn ich mich nicht täusche. Das ist irgendwie was abgezogen. Ich versuche es noch einmal Ich mache einfach mal gar nichts Mal sehen, was passiert Also irgendwie glaube ich, dass es doch irgendwas abgezogen hat, oder? Wir, ich gucke mal drauf und bam und 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 Ja, oder? Ja, doch Ja, das sieht was ab, ja Wenn ich Glück habe, ist er jetzt sofort tot Und wenn ich Pech habe, muss ich das nochmal gleich machen Aber es sieht fast aus, obwohl es kann knapp werden Geil We are dead now Setze in der Schwerelosigkeit Stace ein, um gefährlichen Hindernissen zu verlangsamen Also warte mal, ja, ich knall den ab mit Stace Dann kommt schon dieser Boomer Wenn ich den eigentlich hitte und, naja, mal gucken Ich glaube, die Strahlenkanone, na, die hat nicht so viel Schuss Oder wenn ich durchrenne Ich renne dann einfach durch Ungefähr so So, Strahlenkanone Wo ist er? Da Noch einer Alter, ich war so weit weg Der ist gesto- Was? Alter, der will mich doch verarschen Jetzt habe ich denn wieder so wenig Gesundheit Äh, ne Dann bringe ich mich wieder um Ist mir scheißegal Das weiß ich nicht Ich war so weit weg von diesem verdammten behinderten Typen Der kann das Ding ja nur geworfen haben Also Isaac Clark Ich mache wieder Suizid Tut mir leid für dich Das gibt's doch nicht Ich war so weit weg von diesem Typen Und das sind tatsächlich also zwei Stück Damit hätte ich nicht gerechnet Okay, das heißt Ja, diese Strahlenkanone Ist echt kacke, wenn sie nur Gut, ich habe eigentlich genügend Stays Wobei, jetzt ist es irgendwie gelb Achso, ich hatte auch kein Gesundheitspack Scheiße Ah, siehste Das war das Ding Dann hätte ich natürlich auch mehr Gesundheit gehabt Der hatte mich gar nicht schwer getroffen Aber den Nain hat er komplett zerfetzt Von daher Ah, schade Das ist jetzt natürlich blöd gelaufen Dass ich das nicht gerafft habe Naja, was soll's Also ich renne da wieder durch, ne Mach dann wieder einen auf Äh, ich, ich Okay, durchrennen Mal auf Stays verzichten Das Ding lebt noch Das ist, äh, schlecht Nachladen Hätte ich vorher machen können Yo Der haut wieder voll drauf Ich fliege weit weg Der hat überlebt Und irgendwie sieht's gerade scheiße aus Und er macht's nochmal Und alles ist bereinigt Okay, naja Jetzt lass ich's aber so Hat wieder sehr gut geklappt Toll Jetzt krieg ich nur noch diese Waffe hier, ey Er muss ich auch für diese Waffe So Was? Was? Hä, von wo kommt Ey, das ist noch nicht wahr, Alter Ich knirsche gerade richtig die Zähne zusammen Wer hat denn da, dass auf einmal Wer Hätte denn gedacht, dass da auf einmal einer wieder von hinten kommt Oder mehrere von hinten Man dreht sich um, Alter Da ist alles wieder Und zack Ist man tot Das mit dieser scheiß Okay, solange ich das gehackt habe Dann kommen sie also Ich versuch's mal ohne Pack Und ich schieße einfach mit Stays ab Weil Da treffe ich ihn Das ist der Grund Sollte ich ihn treffen eigentlich So Jetzt soll er hier genau schlagen Ja So wollte ich sagen Spare ich nämlich noch Munition Und es ist schwierig Diesen zu töten ohne Diese Waffe Die ich gerade aufgehoben habe So Ups Das war falsch So, das sieht doch eigentlich jetzt gut aus, ne Das ist blau Und das ist im sehr, sehr guten Zustand Also ist gut Alles gut bisher Jetzt hab ich auch nichts für die Für den Flammenwerfer Das ist auch super eigentlich So Jetzt Hecke ich diese blöde Kacke wieder hier Und dann gucke ich mal Alter, wie viel waren das Bitteschön wieder Ich will's eigentlich nicht wissen So Eins Zwei Scheiße Da war ich zu hastig So Scheibenkleister Ich will nicht So Wie der hier ankommt Dieser scheiß Hässliche Spiller Jetzt ist er tot, ne Aber hier ist noch irgendwas Doch Warum hab ich die Waffe denn ausgewählt Ich wollte ein Plasma cutter Boah, Alter Es ist Ich bin rumgespammt von Monstern, aber Aliens Aber Dieses Mal war es in Ordnung noch Alter, krass Es darf ja auch noch ein Trophäe gibt Könnte ich nachgucken Aber der Fokus liegt nicht auf Trophäen Das kann ich alles Wie gesagt Ich hab ja Sprecherpunkte mal gemacht Könnte ich die einzeln abarbeiten Quasi Also Alles gut Oh, dieser Bildausfall Jetzt ist es wieder ein Bildausfall So, jetzt geht's wieder Ja, ja Also ich bin froh, wenn Wenn ich dann die Elgato erstmal nicht benutzen Muss Ah, sehr geil Gucke ich mal, ob es daran liegt Also bisher hatte ich sonst nie Probleme Immer wenn ich aufgenommen habe Also ich hatte das schon mal mit dem Aufnahmeproblem Allerdings Immer nur, wenn ich aufnehme Wenn ich einfach so spiele Ging eigentlich immer alles Mal gucken Vielleicht liegt es auch an irgendeinem HDMI-Kabel Das kann es auch sein Auf jeden Fall Egal Jetzt geht es einfach weiter hier So Speicherpunkt Ja, den nehme ich natürlich auf jeden Fall mit Sehr gut Und wir haben richtig viel Gesundheit Muss man mir mal zugute halten Nachdem ich auch so oft gefällt habe Ist das das Mindeste, was man erwartet wahrscheinlich So, ein Savepoint Ja, ich zocke noch ein paar Stündchen wahrscheinlich Mal gucken, je nachdem Sonst ist eine Aufnahmssession immer so um die Stunde Oh Eine Geburtstagstote Ne Zack Oh, ein Energieknoten schon wieder Boah, wir haben richtig viel wieder eingesackt Sehr gut Ich will aber so einen Haugen wieder Ja Alter, hier kommt gleich irgendwas Und warum endet das so? Weil du blöd bist da Yeah Ich hab dich lieb Oh, wie süß Ich Ich hab dich lieb Ich hab dich lieb Ich hab dich lieb Warte mal Warte mal So wird es schlauer Weil ich muss ja noch aufladen Falls das in die Hose geht hier Okay Oh, sehr gut Fast das Maximum an der Kapazität ausgelastet Fast optimal Eine optimale Munitionsmenge Oh, verschwindet es gleich wieder Das finde ich so komisch Ich verstehe es ja irgendwie Dass es verschwindet Weil es halt nicht in dieser Abteilung quasi gehört Sag ich mal in den Sektor Aber normalerweise Wenn man sowas mitnehmen sollte Es schon nicht verschwinden Irgendwie Da ist es ein bisschen unlogisch Also Äh Sind hier wieder diese Stiere Hier diese Versteckertypen Hat hier wieder den ganzen Weg versperrt Das ist ja unglaublich Hier Warte, nein Die will ich ja behalten Ich komm nicht über die Leiter so, ne? Ne Was ist da behindert, ey? Muss ich die Leiter Hä? Ne, ich komm hier gar nicht lang Doch, jetzt geht's Ich mach mal die Leiter als Schutzschild mit Bam Hm, komisch Hier war gerade ein Monster Ist wahrscheinlich hier irgendwie Durch eine Lüftungsschacht oder so Zurück gegangen So, ich wähl mal dich wieder aus Munition sieht gar nicht so schlecht aus Mal mit hören Was ist das denn hier? Oh Ehrlich Chineser Oha Da wird ordentlich an Strom gespart Okay, stays Wieder ein kleines Rätsel wahrscheinlich What the fuck? Ich hab dich gesehen, du springendes Viech Aber ich weiß nicht, was du bist Oha, Bildschirm da wieder ausgegangen Ah, du bist es Trifft er mich so? Gibt's dafür nicht so Fee? Danke Habe ich vielleicht sogar schon Weiß ich gar nicht mehr Ist ja lange her So, weiter geht's hier Oh yeah Das ist geil Oh ja Oh, Alter Ja, ist ja richtig gut Was, 18 Munition wieder? Tatsächlich Das ist ja krass Wobei die auch schnell wieder alle ist Weil sie schwach ist noch Ich hab's halt den Schaden erhöht Aber Tja, man kennt die Waffe ja Es ist eine Anfangswaffe Und von daher ist sie Ja, nicht immer so stark Also natürlich schwächer als alle anderen So So Ich rühre mal zurück kurz Irgendwas Will mich hier angreifen gleich Boah, sehr gut Okay, der ist tot Nein, der ist nicht tot Ah, ich mach einfach Stace Und dann bringe ich ihn im Narkaf um Huch What the fuck? Was machst du da? Wo ist er hin? Oh oh Ist er jetzt tot? Bist du's? Nein Doch So Hier zurück Damit ich hier wieder aufladen kann Dann kann ich ruhig Unendlich Stace benutzen Das ist kein Problem Weil ich's ja Wiederbekomme Sobald ich was höre Renn ich einfach zurück Ja, Strahlenmunition Gut Nachladen Ich renne zurück Wie gesagt Pussy-Taktik Liegt mir am besten wahrscheinlich Springt er hier hoch gleich? Ich weiß nämlich nicht Genau wo er ist Ich wahrscheinlich nach unten Aber der klettert bestimmt Dann in den Wänden und so Bist du irgendwie Ein Feind? Nicht mehr Auf jeden Fall Okay Habe ich mich verhört? Ich dachte da wäre was Hier kommt definitiv was, oder? Ich denke da wäre es Wow Okay Wie auch immer Ist das da oben? Okay, vier Stück, das ist gut Sogar sechs insgesamt